Krebs und Betanz, Halutanz, BNB, hier was ganz Besonderes, eine Spiegelhunde. Wolfreich von Krautmuthurs auf seiner Mach, zwei Faktoren. Wir sind schon ein bisschen unnötig, wir müssen erst mal anfangen mit einem Probe raus, dass die Fahrer sich an die Strecke gewöhnen. Einmal darf jeder in einer Fahrrunde 200 Meter die achte Meile runterfahren. Ziel ist am Klag am katholischen Start- und Zielton der alten Solitude-Wettstrecke, die alten Solitude-Wettstrecke, die alten Solitude-Wettstrecke. Haupt- und Probe, der Ende des Rennens, der erste Probe raus. Ist die Strecke frei, die die Station, fünf im Unter, ein Saisonbruch, und Probe, das Zeug ist ja aus. Jetzt wenden die Farbe nur noch zusammen, wenn die Strecke wieder frei ist, brauchen die nächsten zwei. Wie gesagt, es ist hier nur ein Vorgelauf, dass Sie sich an das Prozedere gewöhnen, an den Start, dass Sie den Zielstrich kämen werden. Das war's für heute.